da geht wir müssen einfach mehr verkaufen könnt jetzt zickzack ernsthaft und dann fahren wir wieder zurück ja okay interessant wirklich sehr interessant megatron so ist verena okay von verena auslag ihr mal die sache ich weiß nicht woran zieht ich habe ja ich habe doch die sagen ja also wenn es weitergeht muss ich den pc mal platt machen also ich habe jetzt die grafikkarte seit knapp drei monaten und ich bin noch mal nicht dazu kommt die einzubauen also dass es nicht mehr treiben so wir laden wir mal sachen ein fertig gerichte war das glaube ich ja fertig gerichte laden wir mal an und bringen wir die auch rüber so ich weiß dass diese handelsrunde ineffizient ist weil ich und weil die auch nicht zum handeln da ist sondern um sachen rüberzubringen mann der spicker los handelsrunde 14 das ist doch hier das und warum okay okay ihr seht alle den fähig hoffe ich mal ja ja okay hey ich habe was kotzt mich jetzt schon bereits sehr viel an nein ich kann auch kein gebäude anklicken nichts kann ich hier ihr hört das klicken so ja jetzt funktioniert es und jetzt seht ihr auch das was ich gemeint habe hier sind mehrere angeklickt worden ja okay das kann ich verstehen nur guck wenn ich jetzt hier drauf klicke oder da drauf klicke ich weiß nicht ob das jetzt zum update gehört okay das kann ich schon verstehen das kann ich auch noch verstehen aber jetzt zeige ich euch mal das unlogischste was es gibt warte ich muss mal gucken ob das überhaupt noch klappt okay anscheinend klappt das nicht mehr aber ihr ihr habt ihr ihr wisst glaube ich was ich mal jetzt sie hier und ich habe gar keinen schnaps im haus ne ich möchte gar keinen schnaps aber trotzdem danke hier das jetzt zum beispiel habe hier drauf geklickt und dann ja sind die beiden auch noch wenn ich euch hier drauf gehauen ihr wisst wohl was ich glaube ich was ich meine aber produktion gestoppt ja okay wir haben zu viel fisch ich kann nicht verstehen dann können wir auch mal gerade ein paar abweisen so dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Geld okay sind wir auch schon wieder schön im Plus freut mich sehr und wir müssen jetzt erstmal ich muss jetzt erstmal schön durchatmen so schön durchgeatmet super habt ihr alle mir sehr geholfen und jetzt muss ich erstmal gucken wie ich ähm oh plus 400 finde ich nicht schlecht also ist die firma kompetente leute ja sogar schön finde ich back den eis oder kauf kunststoff ok du kaufst kunststoff kommunikatoren fisch und bauzeln verkauft äh das sind wir jetzt speichern das spiel erstmal danke äh fisch und bauzeln du kaufst kunststoff äh mega droht das na jetzt muss so äh du le äh gut kunststoff ah man kunststoff handelt sich mal so viel das ist ein problem was haben wir denn hier viel wir haben hier viel fisch wer kauft fisch sie kauft und sie kauft zumindest mal einer der fisch kauft gut können wir wir haben nämlich so viel fisch im überfluss davon kann man ein lied singen würde ich jetzt mal zu behaupten also ich weiß jetzt ich bin da völlig unschuldig ja ich ich führe mich hier nur dem willen gottes und so werde ich auch spielen mit gott an meiner seite können wir ja nur Mist bauen oder auch krisen überleben oder ich habe angst wenn ein tornado kommt Mist hier gibt es ja auch tornados habe ich ja komplett vergessen scheiße ups sorry aber das musste sein also hier gibt es ja auch tornados hier gibt es auch naturgewalten hier gibt es auch ähm atomraketen ähm ja okay das sagt bestimmt schon einiges wir verdienen so viel ich glaube wir können auch mal hier das runter schrauben ja plus 400 finde ich okay äh können wir auch irgendwie gucken ob irgendwie wer aufsteigen kann keine ahnung werden wir gleich sehen äh wenn hier ganz viele aufgestiegen sind kann ich woanders auch da brauche ich dich nicht dafür ja sorry trendcode dass wir nichts gekauft haben oder verkauft haben aber so ist das leben wie läuft's gut und bei dir ja 160 ey ernsthaft verkauft verkauft ihnen dann wird es andere wagen verhindern äh was ist das ah panzerbrechende geschosse äh erhöht irgendwas produktivität was ist hier okay ah ja das haben wir ja schon gesehen ähm ich glaube so ein Sunway haben wir auch schon davon das ist sowas für die Umwelt tut der Umwelt eigentlich ganz gut ähm das ist unsere Arsche wir können die auch mal versetzen äh ich glaube die steht hier ein bisschen mehr im Weg ja jetzt ist das direkt wer hätte es gedacht okay wir müssen jetzt mal aber ich bin zu müde um darüber nachzudenken was passiert wenn wir das runterstellen hm wir lassen das erstmal für eine Zeit so ähm damit auch hier die anderen übrigen aufsteigen können bei Lifestyle und Gemeinschaft und die ist das und leck mich am Arsch sonst sowas ähm würde ich sagen reicht es und äh was was soll mich jetzt machen das ist gerade das immer das Problem also das habe ich auch meistens äh jetzt zum Beispiel im Praktikum oder generell wenn ich nichts zu tun habe langweile ich mich ist einfach so und wir kriegen weniger Füße na toll äh wir müssen jetzt erstmal gucken plus 12 hm wir müssen jetzt erstmal gucken wie sich das jetzt hier alles entwickelt äh denn wir müssen jetzt erstmal gucken wie viel jetzt hier der Produktionsstillstand Kollege äh ja jetzt zum Beispiel wieder der Fail ich kann nichts anklicken ich kann nichts anklicken ok ähm ja ok wir müssen erstmal gucken was er da ist 40 40 40 verkaufen ja ok ja ok Mitte Firmal Warentransfer auf der Handelsweg ist ausreichend die Routeneffizienz wird auf der ta- tatsächlich durchgeführten Warenaktion je Routenpunkt verermittet interessant also das hilft mir jetzt nicht so viel wow wir gehen wieder langsam ins Plus aha der Kollege da auch mit Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.